liebe leute die post war gerade da und hat uns einen dutch vorbeigebracht und den wollen wir jetzt mal einbrennen das ist so ein set das haben uns geholt da ist nämlich nicht nur der topf bei sondern auch so ein untersetzer der nachher in die kohlen reinkommt und dann noch so ein heber ein deckelheber und das packe ich jetzt mal aus und hier haben wir den heber den deckelheber der kommt vom nupse hier gesehen hier rein dann kann man ihn schön gerade hochheben und den werden wir gleich mal schön mit sonnenblumenöl einreiben und dann kommt er nämlich den grill das ist ein set was wir uns geholt haben da ist dieser hebe mit bei und da ist dieser untersetzer mit bei man kann das nämlich auch separat kaufen aber wir wollten halt das eben im set haben hier könnt ihr sehen da steht die 09 p diese zahl weist meistens darauf hin dass es sich um einen volumeninhalt von hier zum beispiel neun litern handelt bei manchen herstellern wird der deckel das deckel volumen mitgezählt bei anderen herstellern wieder nicht also das ist ganz unterschiedlich so kann man auf jeden fall sagen dass wir so ungefähr neun liter inhalt haben an volumen vor der erstbenutzung muss man bei diesen dutch öfen erst immer diesen einbrennen vorgang starten den werden wir jetzt vornehmen und dafür brauchen wir hier so ein papier taschentuch und wir nehmen sonnenblumenöl man soll kein olivenöl nehmen weil man mit diesem sonnenblumenöl eine höhere temperatur benutzen kann und ansonsten kommt noch in frage rapsöl und kokosöl wir haben uns jetzt aber für sonnenblumenöl entschieden und jetzt werde ich den ganzen topf und den deckel von oben bis unten und von innen und außen komplett mit sonnenblumenöl einreiben los geht's ruhig schuss rein und dann schön verteilen mit papier taschentüchern geht das ruhig alles komplett einreiben nichts vergessen auch gleich den boden von außen auch und dann geht's ab in den grill der topf ist jetzt schon mal komplett eingeült jetzt kommt als nächstes der deckel den setze ich ruhig ab hier und drehe den auch gleich um und dann geht's auch mit dem weiter hier deckel glänzt jetzt auch und den packen jetzt erstmal neben den grill weil ich möchte ja den grill erst mal vorheizen das heißt ich mache jetzt hier erstmal vorher den deckel zu temperatur von circa 200 grad celsius ist erreicht und wir lassen den topf bei 200 grad celsius für eine stunde im grill durch kann ich mal ganz kurz zeigen dieses öl verdampft jetzt beziehungsweise verbrennt und durch diesen verbrennungsprozess entsteht nachher diese patina also diese schicht die euch nachher davor schützt dass euer essen anbrennt jetzt muss aber schnell wieder zu 60 minuten sind rum und ich mache jetzt mal hier die flammen aus und wir lassen das ganze jetzt mal trotzdem erstmal da drin und in ruhe ganz in ruhe abkühlen wenn das ganze einigermaßen abgekühlt ist können wir das mal hier raus nehmen und damit sind wir quasi schon fertig was hier gutes zubehör ist grillhandschuhe ganz wichtig weil das ding wird richtig heiß auch später wenn ihr damit essen zubereitet wenn ihr es jetzt einlagern wollt dann nimmt euch einfach hier so ein papier taschentuch packt den deckel hier drauf und dann kann das ganze hier so ein bisschen atmen das heißt da kommt luft dran und dann wird das ganze auch keine gerüche entwickeln so ich werde euch mal das ganze set verlinken unten in der video beschreibung falls ihr da auch mal lust habt euch mit sowas zu beschäftigen und hoffe ich konnte dem ein oder anderen wieder ein bisschen helfen wie man das ding einbrennt und sage tschüss bis zum nächsten mal